Wie bist du denn? Mein Name ist Vato. Genau. Du bist der Trend, der von dem TvF ist. Ich bin nicht so nett. Was für ein Team aufgestellt haben wir jetzt schon wieder? Oh shit. Hier kommt weiter rein! Achtung! Was meinst du? Alter, bist du das? Wo? Ja! Ich bin ja da keiner drin. Am besten sind wir Campen im Haus, ey. Shit, 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 shit. Ja. Ich bin jetzt auf dem Hügel. Loll, im Wald? Ja. Ich bin mitten auf der Wiese. Ich bin da erstmal hingeflohen, weil, weiß ich nicht. Richtung Sunf. 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 Richtung Sunf. Mach Schüsse auf mich. Drei, zwei, eins. Willkommen zu der See, 19 Uhr. Wir sind unterwegs auf dem PvP... Lass nochmal neu anfangen, Alter. Zähl an. Soll ich jetzt anfangen? Ja, zähl an. Drei, zwei, eins. Ich krieg's eh nicht geschissen. Willkommen zu der See, 19 Uhr. Wir sind unterwegs auf einem PvP-Server. Ach, das heißt PvP. Eigentlich stand da im Leftmatch Kami, ne? Irgend so was stand da, ja. Da würde ich sagen, checken wir einfach mal aus, was das wohl bedeutet. Also... Ja. Dementsprechend sind wir natürlich hier auf dem Berg. Ja, das ist erstmal langsam, oder? Erstmal Save spielen. Ja, machen wir erstmal ganz sneaky-peaky-leck. Du hast ein M4, ne? Ich hab ein M4. Du hast SVD mit... Ja, ja. SVD ist fertig. PSO, ne? PSO, ja. PSO, ja. Klar, klar, klar. Ist Kami hier auch irgendwo, oder? Ich schieb mir mal Slots unten in die Leiste rein. Ja, hier unten ist Kami. Da geht's richtig geil ab. Hört ihr das? Richtig krass, ne? Soundbuck. Ist... Okay. Ist noch eine Beta. Was ist? Nichts, Mann. Ich find's krass. Jetzt komm. Ich freu mich. Wie weit ist denn das noch? Ich weiß es nicht. Hier liegt schon die erste M4 rum. Oh, shit. Oh, da unten ist einer. Oder bist du das? Ich bin das, ich bin das, Alter. Woah, woah, woah. Geil, ey. Willst du sagen, bevor es los geht, grüßen wir doch einen, ne? Wir grüßen einen. Wen, ne? Ich grüße es zum Beispiel mal... Ja, ich spiel so lange schon mal ein bisschen. Ich spiel so... Der war ziemlich close, ne? Ja, ne? Woah. Woah, woah. Okay, ich bin wieder gespawnt, aber ich glaube nicht, dass ich besonders safe bin. Löschen, oder? Ja, wir kacken, Alter. Wir haben immerhin 5 Minuten. Alles klar. Aber egal. Irgendwie... Ich glaub nicht, dass es irgendwie besser wird. Das ist doch kack ja heute schon wieder. Ja, wir müssen aber kacken. Jetzt kriegen wir was zusammen. Lass einfach wieder versuchen, zusammenzufinden. Okay. Ich bin jetzt da, wo diese Häuser ins Inland führen. Wieso hocken da eigentlich so ein Bastard im Wald? Du, das ist... Das ist hier so. Das... Da seh ich uns. Ja. Ja, Uncut geht hier gar nicht. Wir überlegen hier eh halt 20 Minuten. Am Stück. Pfff. Psch. Ich bin am letzten Haus jetzt. Ja, ja, ich bin tot, so gut wie. Wann machst du das da, ne? Ja. Loschlüsse von allen Richtungen, Mann. Spring doch, du Mord. Lass mich rein, lass mich rein. Bro, komm rein. Ich muss mich protect, Mann. Verbind dich. Oh, du Hum bist ja wie kein guter Mensch, Alter. Ich bin noch kein guter Mensch. Was ist, was ist? Hast du vorne zugemacht? Keine Ahnung. Hier kommt einer rein! Achtung! Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Das Server ist so scheiße, Alter. Alter Schwede. Bro! Bin drin. Ich find sie grad ein bisschen gemütlich in dem Haus, ne? Brüllen und Feuer anmachen, also. Ja, wir machen noch Feuer anmachen, noch ein bisschen so ein Base-Building direkt noch. Oh, das wär richtig hart, ne? Wenn du hier noch eine Base bauen könntest. Einfach so hinklatschen. Es geht ja eigentlich prinzipiell, oder? Prinzipiell, würd ich sagen. Prinzipiell, würd ich sagen, geht das nicht, ne? Wir müssen weiter vordringen. So richtig in den Start, oder was? Ja. Lass mal das grüne Haus. Ich bin so dumm, ich hab, ich hab ja ne M4, Mann. Go, go, go. Achso. Ja, okay. Woah! Nein, Bro, Alter! Shit, wo, wo, wo? Shit, auf mich, auf mich, ich weiß nicht wo. Go, go, go. Ab ins grüne Haus, ins grüne Haus. Nicht ins grüne, ins rote hier. Zu spät. Bro, hilf mir. Ich humpel. Shit. Bro. Wo war der, wo war der? Ich weiß es nicht. Oh fuck, ich sterb gleich, Mann. Komm her, Mann, du schaffst es. Verbind dich. Ich kann mich nicht verbinden, er ist so dumm. What the fuck, so blut ich nicht. Ich wurde voll gehittet. Bist du hier in meinem Haus? Ähm, ne. Los go. Ich deck dich so ein bisschen. Komm mal, komm mal. Wie er mich auslacht? Tür zu. Safe, Alter. Ja, also mein Schal ist wieder in Ordnung. Meiner nicht so. Bei dir? Ja, ist einer gestürmt. Bist du tot? Wieso ist denn die Tür abgeschlossen von der Police? Ja, das frage ich mich auch. Du bist so behindert, ne? Das Ding ist, die bekommst du nur auf mit einem Lockpick, Lockshit da. Hey, yo, Bro. Kannst du sprechen? Hey, yo. Hey. Yo, was ist passiert? Ja, ich kann chillen mit dir. Wo bist du? Ja, Deutschland. Oh, cool. Ich auch. Ja, moin. Ja, moin. Ja, moin. Es geht. Fählen wir die Einzigen hier, oder? Ich glaube schon, ja. Cool. Ja, können wir schon ein bisschen sauber machen hier. Yo, lebst du noch? Scheiße. Hier. Da bist du, alles klar. Jo. Ja, komm rein, mach die Tür zu hier. Jo, warte. Alter, das hat dich ordentlich zerfickt hier. Ist jetzt ein bisschen suboptimal mit einer Mosin hier. Ja, stimmt. Ich mag die Waffe irgendwie, aber... Ja, ich auch. Dafür hat man die Pistole. Aber, dass ich die Mosin mag, ist, glaube ich, nur von früher noch. Aus den alten Zeiten. Ja, früher. Wann spielst du das Game? Fünf Jahre? Ja, ich spiele seit der 0.60, also 2015, glaube ich, irgendwie so. Ja, hat sich ja nicht viel getan in den letzten drei Jahren. Irgendwo hier links? Hab ihn. Ich bin an unserem Gebäude wieder. Yo, hello. Hey, dude. Oh, moin. Ja, ja, ich bin. Ah, du bist es wieder. Jo. Hallo? Bitte? Ich bin an unserem Gebäude. Alles klar? Ich hab's ein bisschen erwischt. Jo. Komm mal zur Police gegenüber. Da ist ein kleines Häuschen, da sind wir drin. Das schaff ich nicht dahin. Ich glaube, ich werde erschossen auf den Weg. Lass mal ein bisschen Richtung Norden. Da ist noch ein Kumpel von mir. Jo. Okay. Pass auf, wir kommen zu dir. Wir? Ja. Hast du einen Freund, oder was? Klar, Mann. Wir hatten eigentlich, by the way, Leute, die Challenge, dass wir versuchen, auch auf Friendly Player zu treffen auf dem Server. Ja. Ich glaube, der hat es gerade hinbekommen, irgendwie. Du bist jetzt nicht der Schnellste, na? Kann das sein? Ja, wir versuchen zu kommen. Ich glaube, ich hab's ein Zweifel erwischt, oder? Ja, ich bin jetzt hin, ich bin mit dem Schwarzen Haus. Komm uns mal ein bisschen entgegen. Ich bin dabei, Alter. Achso. Hey, yo, Bro. Jo, jo, komm rein, komm rein. Achtung. Achtung, Achtung. Alle am Humpeln hier, richtig lächerlich. Hey, moin. Moin. Na, wie bist du denn? Äh, yo, mein Name ist, ähm, ja, wie heißt ich? Bartow, genau. Ja, wahrscheinlich Bartow, oder? Moin Bartow, Alter. Du bist friendly auf einem PvP-Server, nice. Ja, also, ja, so ein bisschen, glaube ich. Habe ich noch nie gemacht, aber scheint spaßig zu werden. Ja, ich auch nicht. Ist geil, ne? Wieso bist du eigentlich, hast du so einen Knebel, oder was ist das? So, das ist Bartow, also. Bist du so ein Bandage im Mund. Oh shit, das ist recht. Alter, ja, Mann, was ist das denn für eine Scheiße? Ja, man hört dich trotzdem im Ingame ganz gut. Lass mal an die Ecke ans grüne Haus gehen. Friendly Actions, oder was? Ja, Mann. Alter, nice. Ist echt friendly, oder was? Ja, klar. Das ist, glaube ich, spinnen, Alter. Challenge geschafft. Challenge schon erledigt hier. Nach drei Minuten. Bist du, also. Bist du alleine auf dem Server? Ja, also, ich bin alleine. Jo. Und ihr seid noch, noch, äh. Ist nicht so viel los, ne? Sagen wir mal über die Schienen vielleicht. Hauptstadt, ja. Ebel, ey. I get it. Ich kann nicht werden, Mann. Ich bin wie so das, das verletzte Schafe, ey, in der Herde. Boah, bin ich am Arsch. Gelbes Haus. Ist ja ziemlich, ziemlich zentral jetzt, ne? Ja, ja. Ziemlich. Also, das Haus ist eigentlich ziemlich gut, würde ich sagen. Oh, Zombie. Okay, nice. Da seh ich mich, beim Zombie töten. Ja, da ist safe ein Spieler. Bist du tot? Nee. Okay. Jetzt. Jetzt. Boah, shit. Shit, 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 shit. Okay, Glück gehabt, ich hab einen. Nice. Wo seid ihr? Richtung Elektro? Ja. Letztes Haus. Ich hab keine Muni, nichts mehr, Mann. Wo wollen wir uns treffen, Mann? Ja, bist du Haus wieder? Ja, okay, ich versuch's. Ich hab halt nur ne Pestel gerade. Lass uns ein bisschen bleiben, vielleicht kommt ja unser Kollege nochmal. Ja, ja. Was für nass. Die ganzen Leichen, Alter, das ist so extrem. Wow. Was denn, was denn, was denn? Jo, jo, jo. Ja, ich bin's. Ach so, sorry, sorry, Alter. Komm rein, komm rein. Hier an der Häuserecke ist noch einer. Also an dem... Ja. Warte, wo? Ich seh ihn nicht. Genau. Ach so. Oh. Nice, good job. Was hat er... Ah, hat er ihn? Sehr schön gemacht. Oh ja, vor mir da, im... im... im Wald. Ah, vorne mit seinem Busch. Ja. Im Wald, Alter, was los ist mit mir? Hinterm Haus. Oh, ich hab nur die Pistole, ne? Alles gut, was? Hier mit 19 Schuss. Ihr geht links, woher? Ich geh immer rum. Kommt aus dem Ort. Wo ist die Sau hin? Leute? Tot. Ach so. Ich hab einen. Oh. Ich hab einen. Oh. Ich mein, das sind nur drei Pistole, die ich gerade bieten. Ich hab einen. 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 Ja, ein nice Deathmatch-Servor in Klammer hier. Ich liebe es. Ja. Woher sind Sie? Deutschland. Oh, ich auch. Nice. Hallo. 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 Ich bin in an Bischenhaus, boy. Ja, wer sind Sie? Was ist da? Hallo. Ich weiß nicht, ich bin hier. Hallo? Oh, ich kann dich nicht hören. Wir sind in an Bischenhaus. Ich auch. Ich kann dich nicht hören. Wo bist du? Welchen Bischenhaus? Ah, du kannst. Ähm, ja, da wo wir gestorben sind. Okay. So, wir sind alle freundlich, oder? Ich bin auch da, ich bin auch da. Sag ihm Bescheid, oder? Yo, yo, hey. Ja, es sind zwei Leute, die in diesem Haus campen. Hey, das ist mein Freund da oben. Geh sie nicht. Okay. Wo sind sie? Sie sind in diesem Haus, genau da oben. Was ist denn jetzt hier passiert? Ja, freundlich. Was? Alter, what the fuck? Das ist nicht dein Ernst, Mann. Der erste Vordys ist... Ja, und hier im Haus, hier sollen irgendwie zwei Leute sein. Hier? Ja. Can't see anyone. Hey, looks like the gun. The body is still in here. That's you inside, right? Yes. Wo ist der vierte? Lol, ey, was für ein Team aufgestellt haben wir jetzt schon wieder. Oh shit. For uns. In einem schwarzen Haus. Nice. Nice. You up, okay? Oh, ich boote immer noch, ne? Can you shoot me? Why? Shoot you? I have a mic stuck in my hand. That's too bad. Do you come back, man? Sure. Okay. Bye. Bye. Oh. Oh shit. Erschossen. Ja, und im Boden. Wie reudig, wie reudig. Ich bin wieder an der Front, boy. Wo ist die Front? Achso, warten wir müssen hier auf die Bearten jetzt. Game's House? Ja, das war ja zum Game House, da ist mir ja relativ safe. Wahrscheinlich jetzt tot, oder? Wahrscheinlich jetzt gleich richtig am Arsch, Alter. Was, was? Ja, du bist das, ne? Ja, klar. Da haben wir einen Pige in Haus, da steht einer. Der ist gerade da reingegangen. Yo, hey. Hallo. Sollen wir hin? Hier reloaded einer. Ich wollte die dumme Frage, natürlich gehen wir hin. Ja, natürlich gehen wir hin und gleich tot, ne? Nee. Doch. Da unten steht auch einer. Ja. Yo, hey buddy. What the fuck? Hey, wo bist du? Hallo. Oh, es ist du. Ah, du. Ja, toll. Ich hoffe, das war dein neuer Freund da oben. Sorry? Ich hoffe, ich habe deinen Freund nicht zu töten. Ah, mein Freund ist in der Mauten. Okay. Hallo. 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 Auf der Insel, glaube ich. Nee, ich glaube, das kann man schon aus der Stadt. Nee. Da, da. Äh, ein Wasser da. Ganz nah am Wasser vor mir. Ja, ist tot. Nee, noch nicht ganz. Nee, noch nicht ganz. Nee, ist im Wasser. Zwei Stück. Nice, nice, nice. Good job, man. Du musst dauernd reloaden. Zerberstet dann. Woah. Oh nein. Zerberstet dann. Liegt so gut gerade. Oh, er kann mir ja wegschneiden. Ja, Mann. Bist du an der Küste gespawnt? Noch doch gar nicht, Mann. Yo, hey, hey, hey. Yo, 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 yo. Oh, on the right side. Behind the wall. Mach die Tür zu, weil ich sterbe sonst. Ich bin schon dabei zu sterben. Ich bin schon dabei zu sterben. Watch out. Yo, kill mich. Kill dich. Ich habe das Gefühl, dass die ganzen Leute scharf auf dieser Halle sind, Bro. Bist du der, der sich gerade bandagiert, ne? Ist das freutig. Ja, wirklich jetzt, Mann. Ich störe mir rein, als gäbe es nichts Gutes auf dieser Erde. Yo, hello, guys. Friendly, friendly. Aber nicht alle, oder? Der da nicht, ne? Shit. Wer ist hier wer, wer ist hier wer? Okay, alles klar. Ist der Deutsche? Ähm. Ah, du bist es. Hallo, ich bin's. Nice. Ja, wir haben gerade noch zwei andere Kollegen getroffen hier, die auch friendly waren. Also, friendly, ne? Weißt du Bescheid. Lass sie mal suchen gehen. Eww. Kommt mal, ja. Ich dachte... Screenshot-Time. Ach so. 10 Screenshots, Bro. Ja doch. Lass mal wieder zum gelben Haus. Ja, und dann möchte ich noch einer schauen. Hallo. Hey. Hey. Kannst du mit uns reden reden? Hallo. Hallo. Wollt ihr uns mit uns einladen? Äh, warum nicht? Aber, äh, wie ich mich von den anderen kenne. Ja, das meint er, ne? Da unten ist einer ohne Hose. Ja. At the coast. Oh. Oh, he's dead now. Oh, oh, oh. Oh, fuck. I got it. Alter. Wo kommt der jetzt her? Meiner verbindet sich nicht. Blut ist wahrscheinlich nicht. Stimmt. Das sieht krass aus. Hey, buddy. Ich habe auf jeden Fall geile Screenshots, man. Ja, hier ist alles geil eigentlich. So eins hatte ich noch nie. Meiner, bist du das im schwarzen Haus? Ja. Komm mal rein, komm mal an hier. Ich bin unterwegs, ich bin unterwegs. Ja, ich seh dich schon. Moin. Da kommt einer, ja. Hol ihn dir, Tiger. Oh, du machst von mir keine Geräusche. So, auf der weiß, wo wir sind. He ist er ready. Wo ist der? Im rohen Haus? Kann sein, ne? Würde ich fast sagen, ja. Ja, ziemlich sicher. Ja. Insom, Ted, Ted, Ted. Hab ihn. Wollen wir noch so eine Verabschiedung oder so? In der Halle? Ja, auf jeden Fall. Ja, da würde ich mal sagen. Warte. Achso. Was würdest du sagen? Achso. Ist ein paar Aufnahme drin, oder was? Ne, da würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen soweit. War eigentlich ganz geil hier auf dem Server. Ein paar friendly Leute getroffen. Also es heißt friendly, aber... Ja. Nice. Yo, hello. Hey buddy. Can you talk? If you want to talk. Hey dude. Hello. Hello. Where are you from? It's me. Hi. 9. Oh, hi. Immer noch hier. Yo. Sonst kommt jemand oder so? Ich weiß es nicht. Lass den mal auschecken. Yo, hey. Er hatte seine Chance, ja. Ich nehme mal die M4 von dem. Irgendwie kriege ich nur noch SVD. Okay. Ich habe noch einen Mac gedroppt, wenn du brauchst. Lass mal in die Richtung hier. Wo bist du? Auch im gelben Haus. Dass reingehen und vollgebenden. Ja. Alter. Guten Tag. So, Bro. Was sagst du? Nice. Würde ich sagen, ziehen wir hier ein. Machen ein kurzes Päuschen. Achso. Folgenende. Folgenende auf jeden Fall, oder? Alles klar. Perfekt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Was ist das nächste Mal? Dienstag, ne? Ja, Dienstag. Nice. Dienstag, 19 Uhr. Möchtest du noch was sagen? Tschüss oder Grüße. Bald ein cooler Server. Ein bisschen Abwechslung. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich glaube, wir kommen auch nochmal wieder drauf, ne? Irgendwann. Irgendwann. Nicht immer, aber irgendwann. Bestimmt. 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 Geil. Jo. Wow. Achso. Verdammt aus. Alter, käme ich nicht. Ich hab einen M4. Jo, wahrscheinlich Witz. Achso. So was ich. Ich hab einen M4. Ich hab einen M4. Ich hab einen M4. Sag, ich hab einen M4-M4. Ich hab einen M4. Oh, mein M4. Dich, meine G4. Ja, mach ich einfach. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020